Ich bin mit dem Verkehrsexperten unterwegs und zwar sind wir jetzt gerade auf dem Weg zum Golfspiel. Oh, das ist der Marco, schau, das ist der Tiger Woods der Uni-Golf-Szene. Haben wir einen freien Tee? Alles noch aufbaut bei euch. Ich trink keinen Tee. Marco, wie ist das eigentlich? Auf was müssen wir jetzt achten? Du musst uns das schon ein bisschen erklären, wir waren noch nie golfen. Okay, also ganz wichtig ist, jede Menge Gaudi haben. Wir haben uns mal verkleidet. Nein, es geht ja eigentlich gar nicht so schlimm, das Outfit. Und wir spielen ja nicht mit irgendjemandem, sondern wir spielen mit dem Marco. Und der Marco ist hier, haben wir gerade eben entdeckt auf der Hall of Fame. Und was für ein Handicap hast du? Also ich habe Rückenschmerzen, was hast du? Plus 0,6, also das ist unter 0, das ist schon im Profibereich. Hier ist die Kleiderordnung, aber da ist überhaupt kein Foto von dir, dass du nicht drauf darfst auf das Ding. Hier wird das leichter drin. Hier ist das Ding. Ich hau jetzt ein paar, wie sagt man, Dinger raus. So, Achtung, aufwärmen. Ja. Achso. Wir sind ein bisschen eingerostet auch. Okay, die beiden jetzt hier bei ihren ersten Schlägen. Ja. Jawoll, der war richtig gut. Jawoll. Warum ich die Platzreife habe, weiß ich eigentlich auch nicht. Stimmt schon. Das wisst ihr doch gar nicht. Der Typ hat die Platzreife. Ja, der war super. Magui, ich habe noch eine Frage. Es gibt ja, wenn sich der Ball nach rechts dreht oder nach links dreht, heißt das eine ist Hook und das andere ist, glaube ich, Slice. Und wenn er geradeaus geht, dann ist das Zufall. Gerade. Zufall. Oder genau. Boah, haut da nochmal einen hinterher. Wollt ihr euch vorstellen, Profi-Golfer Florian Kerschner? Das ist ja... Was? 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 Hoppla. Entschuldigung. Kannst du nicht... Die Leute schauen schon. Ich hasse es mit ihm was zu machen. Es gibt jedes Mal nur Ärger. Er kann alles. Dann gibt es wieder Stress, weil er kann nicht verlieren. Dann prallt er wieder rum und es ist echt... Proletet rum. Es ist wirklich mühsam. Und jedes Mal zieht er mich in diese Nummern immer mit rein. Ja, muss man sagen. Jetzt spielt er noch keine 10 Minuten und haut die Bälle schon über 100 Meter. Marco, bitte, das ist doch nicht förderlich. Marco, film dir jetzt nochmal einen Schlag von mir. Mal gucken, was der Pro kann. Freitag an der Fürther Kerver. Bild mit Fahne. Heute Bild an der Fahne. So, Marco. Hab ich jetzt nicht gedacht, Dibbers war gut, oder? Ja, ich war gut. Ich vermute, dass Golf so viel Spaß macht. Also komm vorbei. Golfclub Herzogenaurach. Die Studentenmeisterschaft. Die Deutsche Studentenmeisterschaft. Wie viel Nummer? Am 14. Bis 16. Oktober. Yes. Komm vorbei. Wichtig auch, der Wegweiser zum Getränkeautomat. Und da geht es zum T1. Insgesamt gibt es 18 T. Da ist einige Kamille dann aber auch.